Liebes Zauberschnitt-Team, euer Löwenkissen kam an und es ist so schön. Es hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Unser Sohn kam Mitte Oktober acht Wochen zu früh auf die Welt. Er war nicht der schwerste, auch nicht der größte, aber es ging ihm soweit gut. Er musste zuerst auf die Intensiv, da er mit dem Atmen noch Probleme hatte. Schon nach einer Woche konnte er aber auf die normale Frühchenstation wechseln. Er war vom ersten Tag ein richtiger Kämpfer. Nach vier endlos scheidenden Wochen im Krankenhaus durften wir endlich nach Haus und unser Familienleben ging dann so richtig los. Ich mag meinem Sohn das Löwenkissen mit auf seinen Lebensweg geben, damit er nie vergisst, wie stark er ist und was er schon alles geschafft hat.